Atme aus. Spür, wie die Drehung aus der Mitte geführt wird. Die Bauchdecke schwingt nach innen, die Lände rundet und dreht, der Brustkorb gleitet. Und dann entscheide deine Arme abwechselnd oder beide Arme gleichzeitig. Immer wieder lenke die Kraft von innen nach oben. Bewahre deine innere Aufrichtung, wenn du dich wieder mit dem Oberkörper nach vorne drehst. Die linke Hand gefächert aufgesetzt. Ausatmen, lenke den Bauch nach innen und oben. Komm aus der Pilateskraft nach oben. Einatmen, senk. Die Drehung findet in der Mitte deines Körpers statt. Und wenn du das nächste Mal auf diese präzise Weise aufsteigst, strecke das rechte Bein, bleibe für eine Einatmung und mit der Ausatmung wechseln die Beine und der Oberkörper.